Hallo, heute treibe ich mich ein wenig bei der Wehlsburg herum und schaue mal, dass ich irgendetwas finde, wo ich mich gleich ein bisschen hinsetzen kann und eine kleine Suppe kochen kann oder mir irgendetwas zu essen machen kann. Also von daher, wir schauen mal und hoffen, dass ich einen Platz finde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bound in . so leute das war's für dieses wochenende ich habe eine Suppe gekocht habe mich hier einfach ausgeruht und es sieht schon langsam nach jeden aus deswegen werde ich das ganze auch hier und wie immer ich wünsche euch was Ciao